Nichts kann auf verbranntem Boden wachsen. Geist. Warum? Die Erde ist ein Abbild derer, die sie heben. Solange das Land krank ist, ist es auch ihre Seele. Wir müssen die Totos zerstören. Sie vergiften Astrid. Neben den Garten zu holen. In den Garten blüht. Blüht meiner Seele. Kannst du vielleicht von dort oben sehen, ob es einen Weg hinein gibt? Der Gartenkrank immer noch. Hier muss noch irgendwo Gift sein. Und auch hier. Hier ist ein Abbild. Hier muss ich jeden Mal verknülen. Das war's. Kehren wir zu Astrid zurück. Du hast ein gutes Werk getan. Ein kurzlebiges. Der Garten wird wieder sterben. So ist es mit allem. Trotzdem kann man es versuchen. Noch ein schlafender Troll. Den Zwergen sei Dank. Es geht darum, die Trolle mit der Reliquie zu wecken. Tja, das haben wir ja schon alleine rausgefunden. Ein Rüstungsteil, das Lunda gehört. Leider beschädigt, aber ein schönes Stück. Warum liegt es dann hier? Gute Frage. Vielleicht sollten wir mit Lunda reden. Sie kann uns zumindest helfen, das zu reparieren. Das Familienwappen von Hönir. Armer Mann. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Sieh nur. Die Tür wird durch das Gegenteil. Wir haben das Gegengewicht zugehalten. Wenn wir es senken, öffnet sich die Tür. Das werden schon wieder. Sieh nur. Es ist egal. Auch die Haare zu verhören zu wollen. Gut. Vielleicht kannst du die Kette auch von hier aus durchtrennen. Nein? Das Tor ist offen. Wir können zurück und hinein. Neufer! Oh! Hm. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020